Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Schön, dass Sie heute dabei sind und sich für die neuen Features und Verbesserungen der Performer Suite interessieren. Mein Name ist Alexander Kolmogorcev und ich möchte Ihnen heute zeigen, was es so Neues gibt in der Version 1.21. Und ich werde auch in diesem Webinar nicht müde zu betonen, wie dankbar wir sind für Ihre großartigen Feature Requests, die zahlreichen Verbesserungen und die gemeldeten Bugs. Deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön vom gesamten Blue Intelligence Team, auch für diese tolle Zusammenarbeit. Und ja, viele dieser Vorschläge sind auch eingeflossen in diese Version. Gut, verlieren wir keine Zeit und schauen uns an, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Zunächst möchte ich starten mit den neuen Features von der Version 1.21. Dann gibt es noch eine kleine Roadmap, ein kleiner Ausblick, welche Funktionen wir für die Version 1.21.2 planen. Und zu guter Letzt bekommen Sie dann noch ein paar weitere Infos mitgeteilt, die Sie interessieren könnten. Gut, kommen wir jetzt zu den Verbesserungen und ich würde gerne starten mit dem Doku Performer. Seit dem letzten Jahr ist es möglich, die SRC an die Performer Suite anzubinden, um Storys zu kommentieren und zu dokumentieren. Was hat sich in dieser Version geändert? Nun, ab dieser Version wird es möglich sein, auch Models, die in Storys verwendet werden, zu synchronisieren. Das heißt, Sie können sie synchronisieren, Sie können sie dokumentieren, kommentieren oder einem Szenario zuweisen beispielsweise. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um sich einen Überblick zu verschaffen hinsichtlich der erstellten Models in der SRC und auch zu checken, welche Connection beispielsweise verwendet wird oder welches Objekt als Datengrundlage fungiert. Es gab zwei weitere kleinere Verbesserungen. Einmal haben wir die Performance verbessert im Entity Grid, also dort, wo Ihre SRC-Objekte angezeigt werden. Und gleichzeitig können Sie auch aus der Performer Suite heraus eine Story öffnen. Das heißt, wir nutzen die URL und öffnen in Ihrem Browser, in der SRC, die Story, sodass wir eine kleine Konnektivität herstellen zwischen der Performer Suite und der SRC. Gut, schauen wir uns das Ganze mal auch in der Performer Suite an. Dafür öffne ich kurz die Performer Suite, die Sie jetzt sehen sollten. Und ich befinde mich jetzt erstmal in einem BW-VHANA-System und kann jetzt wechseln in die SRC. Vielleicht fällt Ihnen auch sofort schon auf, dass hier so Switch-Buttons hinzugekommen sind. Das heißt, Sie können sich jetzt auch mit Systemen verbinden, in denen Sie sich nicht befinden. Durch einen Klick hier drauf können Sie sich ganz einfach verbinden. Und das ist nochmal eine schöne Möglichkeit, sich schnell zu verbinden. Ich springe jetzt in das SRC-System, denn jetzt soll es ja erstmal um Models gehen. Genau, was kann ich jetzt machen? Erstmal verbinde ich mich mit meinem SRC-System, indem ich auf Connect klicke. Und Sie sehen jetzt hier schon im Entity Tree, dass die Models hier angezeigt werden. Über eine Synchronisation können Sie die Models auswählen. Sie können die Synchronisation starten. Das habe ich vorher schon gemacht. Und wenn Sie das getan haben, dann sehen Sie neben den Stories auf der rechten Seite auch Ihre verwendeten Models. Und Anzeigen, die Performance Suite zeigt den technischen Namen an, sie zeigt die Beschreibung an. Und wie bereits gesagt, können Sie sich hier auch nochmal einen Überblick verschaffen, welche Connection verwendet wird. Ich öffne jetzt nochmal ganz kurz die Dokumentation dieses Models, denn über einen Rechtsklick stehen Ihnen die üblichen Funktionen zur Verfügung. Sie können kommentieren, Sie können Szenario-Zuweisungen machen oder aber dokumentieren. Und beim Dokumentieren können Sie dann auch entweder PDF auswählen oder Word oder auch die Dokumentation in Confluence hochladen, sodass Ihre Kollegen und Kolleginnen das Ganze auch nochmal lesen können. So, die Dokumentation ist fertig. Ich öffne sie nochmal kurz. Und was wir sehen, sind erstmal ein Inhaltsverzeichnis. Ich suche mal ein bisschen raus. Wir sehen dann ein paar allgemeine Informationen. Auch die technische ID, die Description, das, was wir schon am Entity Grid gesehen haben. Und dann vor allem, was relevant ist, nämlich die Information zum Model, ein paar technische Einstellungen, aber auch hier, welches Objekt verwendet wurde. In dem Fall haben wir hier eine Query. Das heißt, eine Query wird als Datengrundlage im Model verwendet und diese Information wird dann hier mit angezeigt. Der zweite Punkt, was ich Ihnen zeigen wollte, war die Möglichkeit, abzuspringen Richtung SAC. Das heißt, wenn ich mal hier nach Sample suche und einen Rechtsklick mache, dann sehen wir, dass man das SAC-Objekt öffnen kann. In der SAC, wie bereits gesagt, nutzen wir den Link und es öffnet sich dann Ihr Browser und Sie können sofort in die jeweilige Story springen. Genau, langsam kommen die Daten zum Vorschein. Das heißt, diese Konnektivität steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Okay, dann kommen wir wieder zurück zur Präsentation und jetzt kommen wir zur nächsten Funktion. Wir haben natürlich in dieser Version auch bestehende Funktionen verbessert und die Excel-Liebhaber und Liebhaberinnen werden sich freuen, denn mit der neuen Version können auch ADSOs sowie Rollen in Form eines Excel-Files dokumentiert werden. Gleichzeitig haben wir auch die bestehende Excel-Dokumentation von Composite-Providern verbessert, also inhaltlich verbessert. Die Navigationsattribute werden nun mit angezeigt, sodass Sie einen noch besseren Überblick hinsichtlich des Aufbaus des Composite-Providers haben. Wir haben auch einen neuen Objekttypen hinzugefügt mit den Source-Systems, die Sie jetzt in dem Knotenpunkt Others finden im Entity-Tree. Und genau, auch diese Objekte können Sie ganz einfach synchronisieren, kommentieren, dokumentieren und gerade wenn Sie mit vielen Source-Systems zu tun haben, die vielleicht auch dokumentationsbedürftig sind, dann können Sie das jetzt ganz einfach machen, indem Sie wie gewohnt interagieren mit den Objekten. Wenn wir uns auch das nochmal kurz anschauen, dann springe ich nochmal zurück in mein BW-4HANA-System. Unter Others sehen Sie jetzt hier diese Source-Systems. Sie sehen auch, was es für ein Typ ist und über einen Rechtsklick können Sie entweder Dokumentation erstellen, so wie wir es vorhin gesehen haben bei den Models oder auch kommentieren. Auch die Excel-Dokumentation wollte ich nochmal kurz erwähnen. Das heißt, wenn wir beispielsweise uns mal die Excel-Dokumentation dieses ADSOs anschauen, dann können wir jetzt hier auf Excel gehen und das geht sehr, sehr schnell und dann sehen wir nochmal den Aufbau. Den Aufbau dieses ADSOs. Wir sehen, was für Felder verwendet werden und genau auch in dem Fall, was für Info-Objects, was für Merkmale und so weiter und plus auch noch, was es für ein Typ ist, was die Länge ist und so weiter. Okay, dann zurück zur Präsentation und jetzt kommt tatsächlich eine meiner Lieblingsfunktionen in der neuen Version, denn eine Frage, die sehr häufig von unseren Kunden gestellt wird, ist die, wie das Mapping ist von bestimmten Info-Objects über den gesamten Datenfluss hinweg. Das ist eine verständliche Frage, denn häufig findet komplexere Logik statt in den Transformationen, sodass es wirklich schwer ist, die gesamte Fortschreibung komplett nachzuvollziehen. Und langjährige Nutzer und Nutzerinnen wissen auch, dass wir zwei Funktionen haben, die es ermöglichen, sich das Mapping anzeigen zu lassen, aber sie sind leider nicht so ganz übersichtlich gewesen. Gleichzeitig haben wir eigentlich eine Funktion, die Übersicht schafft mit dem grafischen Datenfluss. Und deswegen haben wir diese zwei Funktionen miteinander kombiniert, den grafischen Datenfluss mit den Mapping-Informationen, die wir haben und haben eine neue Funktion geschaffen, nämlich diese Network Mapping Analysis. Und wie das Ganze genau funktioniert und wie Sie sich das Mapping anzeigen lassen können, das schauen wir uns am besten sofort im Tool an, dann ist es ein bisschen verständlicher. Ich öffne also erneut die Performer Suite und kann jetzt erst mal mir beispielsweise den Datenfluss anzeigen lassen eines Objekts. Denn wie bereits gesagt in der Einleitung, der Einstiegspunkt ist immer der Datenfluss. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Query und da lasse ich mir erst mal den Datenfluss anzeigen. Genau. Jetzt haben wir den Datenfluss und sehen jetzt erst mal, welche Objekte liegen unter der Query, sprich ein Composite Provider, die anderen Objekte bis runter zur Data Source. Und die Funktion, die neue Funktion finden Sie jetzt hier in der Toolbar unter Mapping Analysis. Wenn Sie hier draufklicken, dann wird das Mapping für alle Elemente, für alle Objekte dieser Query, die verwendet werden von der Query, werden hier auf der rechten Seite schon mal vorgeladen. Das heißt, es ermöglicht Ihnen gleich sehr flexibel von InfoObject zu InfoObject zu springen und Sie können sich dann das Mapping anzeigen ohne weitere Ladezeiten. Und genau das möchte ich jetzt auch machen. Das heißt, ich starte jetzt zum Beispiel, ich starte beispielsweise mit diesem InfoObject und wenn ich hier draufklicke, dann sehen Sie, dass bestimmte Pfade, die keine Relevanz haben für das Mapping von in dem Fall Purchasing Organization, einfach ausgegraut werden. Und für andere, die Pfade, die relevant sind für das Mapping, wo wirklich das Mapping stattfindet von diesem InfoObject, die werden nicht ausgegraut und Sie sehen, dass die Transformationen sich verändern. Das heißt, wir sehen jetzt wirklich, was für ein Mapping findet eigentlich statt. Wir sehen also in der Transformation einmal das Quellobjekt, wir sehen das Regeltyp ist es. In dem Fall haben wir hier ein Direct Assignment. Das wird also dann mit ausgegeben. Ich kann diesen Aufbau auf der rechten Seite auch durchsuchen, der verwendeten Objekt, indem ich hier einfach zum Beispiel Returns Items anklicke, dann hier draufklicke und dann sehen wir wieder auch hier das Mapping. Und an der Stelle sehen wir zum Beispiel, dass eine Formel verwendet wird in der Transformation und auch das kann ich mir einfach anzeigen lassen. Das heißt, wenn das unterstrichen ist, das heißt, es ist aufrufbar. Ich kann mir weitere Informationen einholen und wir sehen dann hier die Formel. Kann ich mich auch schön durchklicken. Und ja, wie gesagt, das Mapping wird angezeigt bis runter. Wenn Sie sich hier nach unten gehen, sehen Sie, das ist das Quellfeld der Data Source und ja, das ist natürlich eine sehr hilfreiche Information. Das letzte InfoObject, um Ihnen nochmal weitere Regeltypen zu zeigen, ist zum Beispiel hier eine Feldroutine, die hier beispielsweise in der Transformation verwendet wird. Auch das zeigen wir mit an. Wenn Sie hier auf die Verfehlt Routine klicken, dann wird Ihnen nochmal das gesamte Coding der Routine ausgegeben und da können Sie sich dann auch nochmal schlau machen hinsichtlich dieser Logik. Genau, das Ganze lässt sich auch exportieren. Das heißt, wenn Sie hier draufklicken, können Sie es entweder als Word-File exportieren oder aber als Bild beispielsweise, damit Sie das auch noch dokumentieren können. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn Sie uns ein bisschen Feedback geben, wenn Sie uns nochmal sagen, ob die Funktion Ihnen weiterhilft oder ob es irgendwelche Verbesserungen gibt. Da können Sie uns gerne einfach nochmal informieren und schon mal als kleiner Ausblick, wir planen diese Funktion auch für weitere Konnektoren. Das heißt, wir möchten auch für CTS-Views im S4-Umfeld und für Calculation-Views im HANA-Umfeld diese Analyse mit anbieten. Gut, das war die Network Mapping Analysis. Wir springen zurück in die Präsentation und bleiben bei Thema Mapping-Analyse, aber diesmal für CDS-Views. Das heißt, es besteht jetzt die Möglichkeit, sich auch das Mapping von bestimmten Feldern anzeigen zu lassen, wie ein Feld gemappt ist eines bestimmten CDS-Views, können Sie dann auch auswählen. Das Ganze funktioniert aktuell nur in dieser TreeView und wie gesagt, wollen wir das dann ausweiten nochmal auf die Netzwerkgrafik. Der zweite Punkt ist der, dass wir jetzt auch in Analyze Compare, das habe ich Ihnen ja glaube ich schon in den letzten Webinaren mal gezeigt, diese Funktion, dass man sich den Aufbau eines CDS-Views anzeigen lassen kann und diesen auch dann vergleichen kann, systemübergreifend. Und was wir jetzt hinzugefügt haben, sind die Associations. Die sind jetzt hier mit drin, damit es einfach noch vollständiger ist. Beide Funktionen können wir uns auch diesmal anschauen. Dafür springe ich in ein S4-System, möchte mich mit diesem CDS-View beschäftigen, zum Beispiel erstmal mir den Aufbau anzeigen lassen, dieses CDS-Views. Über einen Rechtsklick kann ich Analyze Compare durchführen und kann mir den Aufbau anzeigen lassen. Wir sehen hier die Associations beispielsweise und was schon länger möglich ist, sind die Elemente, die angezeigt werden, die Felder und das Ganze auch nochmal in Source-Code-Form. Und der zweite Punkt ist die Mapping-Analyse, die ich angesprochen habe, die können Sie sich ebenfalls im Datenfluss mit anzeigen lassen. Sie müssen einfach nur in den zweiten Tab springen, in die Triview. Kurz warten, bis der Datenfluss geladen wird. Und wenn Sie hier in den Triview springen, dann können Sie an der Stelle ganz einfach die Analyse durchführen. Ich habe das hier schon mal ein bisschen in einem anderen Tab mir zurecht schon mal alles analysiert. Das heißt, wenn Sie hier draufklicken, das können wir gerne nochmal durchführen und beispielsweise Cost-Center auswählen. Dieses Feld, die Analyse starten. Dann wird Ihnen nochmal das Mapping angezeigt. Genau, das heißt, wir sehen hier Cost-Center. Das ist mit diesem Feld und Cost-Center ebenfalls gemappt. Das kommt aus diesem Objekt und dann können Sie sich hier runterhangeln bis zur Tabelle selbst und zu diesem Quellfeld, in dem Fall Cost-L. Okay. Dann haben wir noch eine Funktion, die wir verbessert haben im System Scout, nämlich die Where-Use-Analyse. Bei der Where-Use-Analyse haben wir den Funktionsumfang nochmal erweitert. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, die Verwendung von D-Dig-Tabellen in Views zu checken und auch ADSOs, die Verwendung von ADSOs und DSOs in Master-Data-Lookups in Transformationen zu überprüfen. Das ist dann natürlich nochmal sehr hilfreich, vor allem, wenn Sie den Impact abschätzen möchten, wenn Sie irgendwas verändern an dem ADSO und vorher überprüfen möchten, in welcher Transformation wird das dann eventuell noch verwendet. Und das können Sie sich dann relativ einfach nochmal anzeigen lassen, indem Sie bei der Where-Use-Analyse eines ADSOs beispielsweise einfach hier Transformationen anklicken und dann solch ein Ergebnis erhalten. Gut, wir kommen zum letzten Produkt, nämlich zum Migration Booster. Hier haben wir vor allem zwei Funktionen, beziehungsweise eine Funktion oder zwei Funktionen verbessert, sagen wir es mal so. Der erste Punkt bezieht sich auf Queries, das heißt, wenn Sie beispielsweise Ihre Provider bereits migriert haben, Sie haben bereits schon die Provider in die Performance Suite, in den Migration Booster integriert, haben die Namen geändert, Sie haben es dann exportiert in das neues BW-4HANA-System, dann steht vor allem noch eine Aufgabe an, nämlich die Queries zu kopieren. Und der Migration Booster bietet Ihnen ja da eine sehr komfortable Funktion an, um Queries sehr schnell von A nach B zu kopieren. Und wenn im Zuge der Migration bestimmte Objekte, die mitgenommen wurden, ins neue System, beziehungsweise wenn im Zuge der Migration bestimmte Objekte nicht mitgenommen wurden, ins neue BW-4HANA-System, bestimmte Info-Objects oder wenn Sie vier Info-Objects konsolidiert haben auf ein Info-Object und Sie drei im Endeffekt gar nicht mehr benötigen, dann können Sie diese jetzt ganz einfach rauslöschen aus der Query-Definition. Das heißt, über einen Rechtsklick können Sie einfach die Info-Objects auswählen, die Reporting-Elemente auswählen, die Sie nicht benötigen und einfach rauslöschen, sodass Sie nicht berücksichtigt werden beim Kopiervorgang. Die zweite Funktion, die ich Ihnen zeigen möchte beim Migration Booster, bezieht sich auf Info-Objects und Felder. Das ist vor allem dann relevant, wenn Sie beispielsweise ein DSO importiert haben in den Migration Booster, ihn umgewandelt haben in ein ADSO und wenn es sich bei diesem ADSO vor allem, wenn er sich auf die Eingangsschicht bezieht, dann ist es so, dass er häufig Feldbasiert ist. Und Sie können mit nur einem Klick die ganzen Info-Objects dieses ADSOs umwandeln in Felder und im Vergleich zu der SAP-Standard-Funktionalität ist das natürlich ein riesiger Vorteil, weil man wirklich alle Info-Objects mit nur einem Klick umwandeln kann zu Feldern. Das können wir uns auch nochmal ganz kurz anschauen zum letzten Mal. Ein kleiner Einblick in Form einer Live-Demo. Sagen wir einfach mal, ich habe dieses DSO, vormals DSO importiert, das ist ja sein ADSO. Über einen Doppelklick komme ich ja nochmal in die Konfiguration dieses ADSOs, in die Einstellung. Ich kann dann sehr einfach hier draufklicken, Convert Info-Objects to Fields und mit einem Klick werden die ganzen Info-Objects umgewandelt. Jetzt habe ich hier Felder drin, die ich natürlich noch im nächsten Schritt umbenennen kann und in meine Namenskonvention bringen kann. Gut, das waren soweit die neuen Funktionen. Kommen wir jetzt zu einem letzten Punkt, der sich auf 1.21 bezieht. Wie in jeder Version haben wir auch diesmal das User-Manuel geupdatet. Das heißt, Sie finden jetzt alles, was ich Ihnen gezeigt habe, auch nochmal in unserem Online-User-Manuel. Wenn es Ihnen vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu schnell war oder wenn Sie noch mehr Informationen brauchen, dann können Sie ganz einfach hier auf Check all improvements of this version klicken und dann sehen Sie nochmal schön aufgelistet alle neuen Funktionen. Die ganzen Artikel sind verlinkt, die können sich also weitere Infos einholen und wenn Ihnen das nicht reicht, dann können Sie sogar noch im Change-Log wirklich ganz genau nachschauen, welche Bugs verbessert wurden, welche weiteren Verbesserungen es gibt und so weiter. Okay, wir kommen jetzt zum Ausblick, welche neuen Funktionen geplant sind. Zunächst einmal wollen wir weitere SHC-Objekte anbieten in der Version 1.21.2. Hier vor allem die Analytic Applications, die ja auch eine sehr große Rolle spielen in der SHC, sowie die Templates. Gleichzeitig wollen wir auch den weitere System-Scout-Funktionalitäten anbieten in dem SHC-Connector. Hier vor allem den Datenfluss und die Analyze-Compare-Funktionalität. Das heißt, wenn Sie sich beispielsweise einen Überblick verschaffen möchten, welche Models werden eigentlich konsumiert von meiner Story, dann können Sie das ganz einfach machen mit dieser neuen Funktion. Und gleichzeitig sehen Sie im Datenfluss zum Beispiel auch, welcher CDS-View beispielsweise von einem Model konsumiert wird oder welche Query. Das heißt, auch hier möchten wir die Intransparenz in der SHC etwas verbessern, vor allem mithilfe der Performance-Suite. Der dritte Punkt ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn wie Sie sicherlich wissen, wir bieten ja sehr, sehr viele Analysefunktionen an. Und ein Problem ist, dass es historisch gewachsen ist und man teilweise keinen so guten Überblick hat, welche Funktion es eigentlich gibt. Und um das zu verbessern, haben wir uns dazu entschlossen, das Ganze etwas zu konsolidieren, bestimmte Funktionen zusammenzufassen, aber vor allem das Ganze auch stichwörterbasiert zu machen. Das heißt, dass Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie irgendein Problem haben mit Prozessketten zum Beispiel, dass Sie ganz einfach Prozessketten eingeben und dann werden Ihnen alle Funktionen angezeigt, die sich um Prozessketten kümmern. Das heißt, wir wollen die User Experience auch verbessern, sodass Sie viel häufiger mit dem System Scout auch arbeiten und vielleicht auch Analysefunktionen finden, die Sie vorher gar nicht kannten. Die zwei letzten Punkte der Vorletzte bezieht sich auf Calculation-View-Felder. Wenn Sie diese beispielsweise kommentieren möchten und weitere Informationen hinzufügen möchten, weil Sie kommentierungswürdig sind, dann können Sie das Ganze machen und diese Informationen werden Ihnen dann auch in der Dokumentation nochmal angezeigt an den jeweiligen Feldern bei einer Calculation-View-Dokumentation. Und der letzte Punkt bezieht sich auf die Data-Sources von BO-Berichten. Wenn Sie beispielsweise herausfinden möchten, welche Data-Sources werden eigentlich von meinen BO-Berichten insgesamt verwendet, dann können Sie ganz viele BO-Berichte gleichzeitig massenhaft analysieren und sehen dann, welche Data-Source verwendet wird, welcher Composite-Provider, welche Query wird eigentlich als Datengrundlage verwendet. Und das Gleiche wollen wir auch für den SAC-Connector nochmal implementieren, dass Sie sich auch diesbezüglich einen Überblick verschaffen können, welche Calculation-Views, CDS-Views oder Query verwendet werden. Und jetzt komme ich noch zur vorletzten Folie. Wenn Sie sich jetzt denken, Mensch, da war jetzt die eine oder andere Funktion dabei, die ich echt gerne mal ausprobieren würde, aber leider habe ich diesen Connector nicht, dann ist das kein Problem. Sie können die Connectoren 30 Tage lang testen. Sie können alles Mögliche testen, bestimmte Produkte wie zum Beispiel den System Scout können Sie 30 Tage vollumfänglich testen. Das kostet gar nichts. Wir unterstützen Sie auch mit Testing-Guides und es ist sehr unkompliziert möglich, vor allem, wenn Sie schon Performance-Wid-Kunde sind, sind es nur wenige Klicks. Lizenz kurz austauschen und dann können Sie schon lostesten. Also schreiben Sie uns einfach an oder klicken Sie in der Präsentation einfach hier drauf und dann können Sie loslegen mit dem Testen. Gut, das war es auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich hoffe, dass Sie auch zukünftig bei den Webinaren dabei sind und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Tschüss.